moin leute herzlich willkommen zum neuen video heute ein deoxys rate mit einer 100 hiv großartige wurf als erstes 12 schade fast drin geblieben neben mir sitzt natürlich der carlo mal wieder seit einer langen zeit wir haben zusammen gerade den deoxys rate gemacht großartige wurf wieder so ich möchte es fangen auf dem dreier kommt aber immer eine gute aber es hatte nie es hat die scheinlich einfach fabelhaft mit goldenen beeren der wofür scheiße der ball ist aber weggepackt so 12 bälle noch 12 schauen wir dann sofort dünn 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 let's go leute deoxys hunderte ev perfektes deoxys let's go digger wie so ein geiles video danke fürs zuschauen und wieder schauen und reingehauen